Joioooo Hey cool ich boxe mein Mikrofon um, aber... Juckt mich nicht. Ja... Was für ein fremdes Gesicht ist denn hier wieder auf diesem Kanal vertreten... Ich will nämlich endlich aus meinem Urlaub zurück... Ja... Und da muss ich euch direkt was erzählen! Ich mein, ich dachte mir so... Ja... Nehme ich halt meine Kamera mit mache ein paar schöne videos davon und lad die hoch gut ich habe das erste video gemacht mich dann in die hotel lobby gechillt und dachte mir so cool lad ich das mal hoch ist nur ein dreiminütiges video was 200 megabyte groß war ja irgendwie 200 megabyte groß war da hab ich mir so hey cool setze ich mich da hin start den upload 1100 minuten warten 1000 minuten wären ja okay gewesen aber 1100 minuten ist dann wirklich zu krass weil man will ja eventuell noch was auf der insel machen wie zum beispiel sich die berge anschauen oder die kultur der insel genießen oder shoppen fahren oder sich an den strand legen während man ein kultur quiz mit spanischen menschen macht oder ficken ja das dachte ich mir halt dann und dann so ha cool ne und dann dachte ich mir okay wenn ich hier was noch aufnehme lade ich das einfach von zu hause gut ich habe ein vlog gemacht ich habe mir den mal bei besinnung angeschaut da ich krank war als ich das aufgenommen habe habe ich das mal bei besinnung angeguckt und da dachte ich mir nein was war's mehr habe ich nicht aufgenommen der rest gleichheit wie gesagt in den bergen von ibiza oder ficken am meer kultur quizze erledigen mich mit spaniern über das wetter unterhalten oder ficken habe ich also was gemacht ich meine das gehört ja eigentlich zum urlaub dazu gerade bei ibiza also ich meine ibiza ist ja dafür bekannt dass es eine kulturreiche stadt ist so eine kulturreiche insel und da geht es ja nicht darum zu feiern nein deswegen habe ich meine kamera nicht dabei und das ist jetzt hier sozusagen mein urlaubsvlog video wo ich euch einfach nur erzähle dass ich keine habe tja arschlecken für euch gut für mich weniger arbeit für mich und ich kann euch jetzt eigentlich eine zusammenfassung geben das bin ich euch ja eigentlich bin ich euch gar nicht schuldig eigentlich juckt mich das gar nicht was ihr denkt aber egal ich mache jetzt eine zusammenfassung ich bin dahin geflogen hat mein spaß bin zurück geflogen das war mein urlaub